Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Spin Tires mit dem Lukas. Yay! Ja genau, ich krieg von ihm gleich die Einladung und ich join ihm hinterher, genau. Und wir spielen jetzt Flussüberquerung und gucken was so auf uns zukommt. Ich stimme ab, zu starten. Aber ich kenn schon. Was sagt das jetzt schon? Ich kenn's schon, es ist ganz schön mies. Okay. Okay, gut, dann. Als erstes, ja, ich weiß nicht, ihr kennt Spinter ist wahrscheinlich noch nicht. Wir starten jetzt hier mit den Standardfahrzeugen, aber ich fahr erst mal aus Lukas raus. Ach, schließen mit Röden? Ja. So, und rüste mich jetzt erst mal aus. Ja, warte, ich rüste mich noch erst mal aus. Räder mit Ketten. Und, äh, was soll ich aufdingsen? Ähm, Ladefläche ganz normale. Okay, warte. Okay, gut. Ich weiß, glaub ich, ja, ich weiß, wo der in dem Truck steht, aber den lass ich einfach mal so lang, bis die Verdeckung offen ist. Ich weiß auch nur ungefähr. Ich würd sagen, was machen wir jetzt? Holen wir Holz, ganz normal? Ne, ne, wir gucken erst mal Trucks. Okay, gut. Also. Wir spielen jetzt die, äh, Flussüberquerungskarte. Flussüberkehrungs-Map. Geht's lang? Links. Müssen aber nach links. Okay. Ich versuch, wie schwer ist, ein Matsch rauszukommen. Ich weiß, dass ich kein Allrad. Wie fährst du eigentlich? Äh, bei dem hier gibt's ja gar kein Allrad und so. Ja, ist das Automatik? Ja, fahr ich. Ich nicht. Ich find Automatik ein bisschen nützlicher. Ich bin hier. Okay, gut, wir haben uns hier festgefahren. Warte, bleib mal kurz stehen. Bleib mal stehen. Oder rückwärts, rückwärts. Fahr mal rückwärts, fahr mal rückwärts. Ja, fahr du rückwärts, oder kommst du raus? Ich komm nicht weg, ich hab's ja schon probiert. Oder? Oh, doch, 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 okay. Es ging bloß eben nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Weil sonst hätt ich mich halt hier rausgezogen. Weil es gibt hier auch ne Binde. Ich war, ja. Oh, oh. Ich red mit den Zuschauern. Ja. War auch, ne? Auch raus, war. Jo. Und der Allrad hat so ein Problem. Hä? Und der Allrad hat so ein Problem. Hast du die Standardräder? Nee, ich hab, äh, Kette. Hm, war ich richtig, genau. Alter, ich fahr mich hier dauernd fest. Ist echt langsam, nicht mehr witzig. Ja, Simulation ist ein bisschen schwer. Wir sind noch keine... Ach, wir spielen Simulation. Ja. Ja. Werde gibt's hier. Ja, dann spielen wir Simulation. Das ist ganz interessant. Ach, das ist am Sehen und Markierung nicht. Ja, das... Schreibe mich hier nicht. So, wo ist meine Markierung? Oh, Gott. Äh, wir müssen denn demnächst auch noch ein paar Folgen Arme aufnehmen. Also, wir nehmen jetzt zwei Folgen Spin-Teils am Stück auf und dann, danach nehmen wir Arme auf, würde ich sagen, Lukas. Ja, also 15 Minuten, oder? Oder 20 Minuten? 20 Minuten. 22 Minuten. Genau. Warte, hast du nen Wecker? Äh, nee, kannst du das vielleicht machen mit deinem Tablet? Ähm, ich guck gerade. Ansonsten? Ja, klar, das ist wieder typisch Dario. Ansonsten? Festfahren, Luxus-Klasse hier. Ansonsten musst du dich wahrscheinlich kurz was holen. Aber einfach auf die Uhr zu schauen. Alter, das ist typisch Dario. Okay, dann retten wir uns erstmal irgendwie. Lukas, fahr mal rückwärts. Nee, ich bin schon ewig weit weg. Ich seh, hab ich ja, ich seh dich eigentlich gar nicht mehr. Jetzt bitte, ich, okay, Gott, doch ich könnte mich theoretisch rausziehen. Warte. Ja, ja, ich zieh mich grad raus. Ich zieh mich grad raus. Ja, was? Hier vorne wird auch besser. So. Hoffen wir, dass es zwei sowas hat. Was? Das Handy. Ich versteh dich ganz schlecht irgendwie, keine Ahnung. Ja, das Handy, weißt du? Okay. Äh, mach mal ab jetzt Viertelstunde. Ich komm hier nicht mehr raus. Verdammt. Okay, ich muss es mit der Winde nochmal versuchen. Ich krieg's dann schon mit. Okay, gut, V. Dann komm ich mal zu dir. Ja. Ja, 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 ich zieh mich hier grad lang. Ist voll lustig, weil es bin Teil so realistisch ist. Ja, teilweise. Okay, das schaffe ich jetzt. Und ich, 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 ich seh, ich muss mal sichtwechseln vielleicht. Ja, ich komm. Ich seh ich noch gar nicht. Aber du bist dran. Weil du steh'n, sag' mal, das sollte. Ah, da bist du. mit brem brem um ein und raus das ist mehr oder mehr brauche ich nicht mehr hat musik ich hab schon ich hab schon ich hab schon ab muss nur kürzern ich will das ist ganz lustig und es war noch nichts gegen das was ist es die mädchen muss den großen e-trag gibt von dem du erzählt hast nee den gibt es die glaube ich nicht drauf aber den gibt es auch vulkan und eben das weiß ich es ist als hälfte anstatt ist die und die sogar die zwei besten das schön kommt jetzt hier vorne dann gleich brauche ja auch noch müssen und sagen jetzt eigentlich trotzdem so eine verdeckung ich gebe euch einen tipp leute wenn ihr auf die karte schaut und während dem irgendwie im match steht fahrt erstmal auf festes gelände wenn ihr im match match steht und auf die karte guckt fahrt ihr euch fest ihr kommt nicht mehr weg ja warte ja warte test ich mal also ich komm ich komm dann nie weg ich versink dann wenn ich meine weine auf der karte bin versink ich immer so schnell halt geklappt diese animationen ich finde das ich finde das was ein ich habe einen steil aufgekappt das ist halt ein richtiges männerspiel hier da kommen wir nur schön im matchspiel oh oh schnell rüber schnell rüber hier sind Leute steigen da komm mal her warte warte ich nehm's an ja es lief grad ganz gut ja es lief grad ganz gut die sie wie gesagt in meiner ansage gestern fügen wir samstags wahrscheinlich hinzu heißt da müssen wir auch irgendwann aufnehmen und äh ja genau und wo ich gestern diese oder heute die probleme mit dem upload hatte das war einfach das internet aber jetzt sind sie alle schon hochgeladen also eine folge minecraft und eine folge die donnerstags folge minecraft und die mittwochs folge aber ist schon hochgeladen was machst du dann das kommt ja ich nicht wo ich verstecken das ist hier gerade luxus ich krieg hier gerade so teigtaschen mit quark oder so an mein an mein zockertisch gestellt das ist echt leuchte sind und davon gibt's chips boah sind die lecker weißt was schön ist da feinat mag ich nicht aber als füllung mag ich es eigentlich ja auch diese zeit dinger schmecken ja geil das ist ein traum und sowas werden zocken das ist luxus ich habe mich festgefahren ich kann jetzt gleich rausziehen und dann habe ich eine große überraschung für dich überraschung ich kann ja jetzt könnte ich doch noch mal deine hilfe gebrauchen oder warte 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 ich muss mich mal ein bisschen noch da was muss mich stumm schalten gegen der wund meiner schwester doch nicht mehr wirklich aus doch doch die aufgaben ist viel doch ich bin fast ganz draußen wo bist du ich habe kürzlich für sich kommen bei euch hat sich wie gesagt nicht das hat nun ganz schön ist der fährt sich zieler als anwesst okay gut ich zieh mich zwar jetzt gerade wieder raus am baum aber trotzdem krass standbild nein bitte nicht weil dann dann haut es mich auch raus hatte raus geht es liegt sich gerade wo bist du einmal an der verdeckung muss aufs platz gucken du hast eine pink von 1300 ja ich weiß ich bin gerade sehr halt bitte noch durch dann acht minuten aber jetzt geht es runter jetzt geht es wieder muss kurz noch umstellen was wie weit sind wir schon also zeitlich hier die schon wir haben noch nicht in die schmerz geräusche jetzt ist gerade nebenbei meine luxus ich will ich es meine luxus Dinger vor allem die Schrift ist sie und ist gut eingestellt das werden wir dann sehen und wenn nicht ich kann es ja nachträglich noch ein bisschen zusammenschneiden bleib mal da wo du bist ich komm zu dir boah es weiß ich warum es nicht geklappt hat hier an stein und du dachtest du hättest standbild nee er hat mich gewundert warum geht es nicht vorwärts die karte sagt bestehst du stehst du meine reichweite also ich sehe dich noch nicht aber die karte sagt bestehst du oh lol warum ist der baum nicht meine reichweite dieses baum dann nico ähm übrigens wenn wir einmal spielen werden wir demnächst auch mal mit nico und mit naja auch im frank wie mir und mit dem kino und mit dem floh und mit dem lukas äh ne große folge und dann noch mit ein paar anderen freunden eine richtig große folge machen das wird echt lustig so ich sehe dein schriftzug schon wenn es nicht anders geht mit gewalt hast du mal der arme baum der arme baum er weiß was für eine überraschung weil du hattest doch gesagt irgendwas überraschen ja ja da muss ich noch hin ich komme gar nicht raus gekommen um erstens wir uns dem legs und zwei ich komme hier nicht zwischen diesen scheißbäumen durch das haben wir früher merken können ja bist du dir sicher dass man diesen weg hier offiziell fahren sollte ein da war nur die verdeckung geh fahr wieder raus da war nur die verdeckung alter ich bin jetzt extra hier rein gefahren ja du kannst mich rausziehen wenn du willst fahr mal rückwärts wir fahren jetzt rückwärts hier rauf weil du musst mich ziehen